Ludwig Kaiser! Das ist so, dass wir euch hören. Vielen, vielen Dank. Könnt ihr glauben? Schaut ihr denn, wo wir stehen? Schaut ihr denn, wo wir sind? In Deutschland. So eine starke Unterstützung für Wrestling. Wann hat uns das vielmals gegeben? Alle noch, die erzählen damals was besser, die großen Zeiten, die 90er. Nein, jetzt sind die aller, allerbesten Zeiten für uns. Die ganze Welt bettelt danach, dass die WWE im Premium live mit uns im Segel in der Welt ist. Und es ist nur ein globales Produkt. Mit jedem Blut im Land dieser Welt ist WWE irgendwo vorhanden. Aber hier, wir, wir haben es verdient. Das nächstes Jahr in Berlin. Der Barsch in Berlin. Hallo. Hallo. Bei uns zu Hause in Deutschland. Und das ist euer Verdienst. Ihr macht das möglich. Wir alle. Ihr macht euch so stolz. Doch ich, uns der Blüten repräsentieren würde. Und heute, ich habe versucht, nach alles mögliche, um uns bestmöglich zu repräsentieren. Und ich verspreche euch. Eure Unterstützung. Hier ist es wert. Denn nächstes Jahr in Berlin reißen wir alle die Hunde ein. Wer teill Film? Wer ist es? Wer start is! Wo ... Na intern. Wir au Gear, Wir au Gear, Wir be uh ... Der Mond, Snyder Rund. Wer w consumers bist du? D שנren. hum Vielen Dank.